Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Es geht weiter mit der eBay Schritt-für-Schritt-Anleitung. Bereits im letzten Video haben wir uns angeschaut, wie wir bei eBay überhaupt ein Verkäuferkonto anlegen können. Das siehst du hier unten in der Videobeschreibung, falls du es verpasst hast. Im heutigen Video geht es weiter mit den Rechtstexten, wie wir unser Verkäuferkonto bei eBay rechtssicher machen können. Dieses Video ist sehr, sehr wichtig. Bleib unbedingt bis zum Schluss dabei. Viel Spaß dabei. Wie angesprochen möchte ich heute mal Schritt-für-Schritt zeigen, wie du auf dem Marktplatz eBay in deinem Verkäuferkonto deine Rechtstexte einstellen kannst, festlegen kannst, um hier rechtssicher auf dem Marktplatz aufzutreten, um keine kostenspieligen Abbahnungen von der Konkurrenz zu kassieren. Und das Ganze werde ich dir gleich Schritt-für-Schritt zeigen. Falls dich andere Themen im Bereich von E-Commerce, Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay interessieren, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, um so kein weiteres Video mehr zu verpassen. Falls dich auch andere Marktplätze interessieren, schau mal im YouTube-Profil vorbei. Bei mir auf dem Kanal findest du Playlists, wo ich Schritt-für-Schritt erkläre, wie du dich gewissermaßen auf anderen Marktplätzen auch positionieren kannst und hier alle Einstellungen Schritt-für-Schritt festlegen kannst. Und falls dir dieses Format gefällt, gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele, viele weitere Videos und wir können hier als Community wachsen und uns gegenseitig austauschen. Und wie du siehst, bin ich hier schon auf dem Marktplatz eBay direkt auf der Startseite. So sollte es aussehen bei dir, wenn du dich registriert hast gerade. Und dann gehst du hier mal oben auf deinen Profilnamen und klickst hier auf Kontoeinstellungen. Es gibt einige Besonderheiten bei eBay, um hier die Rechtstexte korrekt festzulegen. Und deswegen solltest du dir unbedingt das Ganze Schritt-für-Schritt anschauen, um hier nicht die Einzelheiten zu verpassen. Du siehst jetzt zum Beispiel, ich habe hier auf Verkäufer-Einstellungen oder Kontoeinstellungen in dem Falle geklickt und du siehst hier diese Übersicht. Diese Übersicht sollte bei dir auch so sein, wenn sie nicht so ist. Es kann nämlich auch sein, dass sie so aussieht, wie ich dir gerade einblende. Dann fehlt nämlich der Punkt und einige andere Punkte, wie zum Beispiel Verkäufer-Einstellungen. In diesen Verkäufer-Einstellungen können wir dazu gelangen, um hier die Rechtstexte festzulegen. Wenn du jetzt aber die Verkäufer-Einstellungen nicht hast, kannst du genau zum gleichen Menüpunkt kommen über Verkäufer-Cockpit. Das solltest du immer haben. Und hier hast du die Möglichkeit, auf Einstellungen zu drücken. Und dann kommst du nämlich auf eine Einstellmaske. Verkäufer-Einstellungen nennt sich das Ganze, wo du hier verschiedenste andere Einstellungen auch hast. Und ganz unten rechtliche Informationen des Verkäufers in Angeboten anzeigen. Diesen Punkt müssen wir gleich bearbeiten, um hier die Rechtstexte festzulegen. So, falls dir in der Zwischenzeit irgendwelche Fragen aufkommen, dann gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde so schnell wie möglich darauf eingehen und dir helfen hier diese ganzen Dinge auch festzulegen korrekt. Es gibt hier viele andere Einstellungen und Festlegungen, die im Profil gemacht werden müssen oder gemacht werden können. Darauf werde ich in anderen Videos eingehen. Deshalb abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, um hier keine weiteren Videos zu verpassen. Gut, heute möchten wir uns den rechtlichen Informationen widmen und hier die Rechtstexte einstellen. So, wenn wir dann auf Bearbeiten geklickt haben, kommen wir hier zu den rechtlichen Informationen, wo wir diese einstellen können. Wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt durch. Anbieterkennzeichnung. Hier müssen wir unseren Unternehmensnamen festlegen. Wenn du nur eine Gewerbeanmeldung beantragt hast, dann ist dein Unternehmensname dein Vor- und Nachname. Also du bist ein Einzelunternehmer und in dem Fall ist es immer dein Vor- und Nachname. So, des Weiteren deine Unternehmensadresse, falls das auch wie die private ist, dann gibst du es natürlich so an. Falls die abweicht, dann abweichen, selbstverständlich. Des Weiteren haben wir hier eine Registriernummer, die wir eingeben können. Das ist die Handelsregisternummer. Falls du eine Rechtsform hast, du kannst dich auch im Handelsregister eintragen. Wenn du auch Einzelunternehmer bist, macht man aber in der Regel nicht. Dann dein Vor- und Nachnamen, deine Telefonnummer und so weiter. Das sind Punkte, die schon ausgefüllt sein werden, wenn du dich korrekt angemeldet hast mit deinen Daten. Die sollten unbedingt natürlich stimmen. Warum? Weil dieser Punkt oder diese Stelle hier gleichzeitig auch dein Impressum erstellt. Eine Besonderheit, die du hier beachten solltest, ist hier die zusätzlichen gesetzlichen erforderlichen Angaben. Hier muss nämlich die Streitbeteiligung als ein Linked erkennbar sein. Und zwar ganz wichtig auch HTTPS. Ich habe nämlich tatsächlich sogar mal in der Vergangenheit eine Abmahnung dafür kassiert, weil hier dieses S, also die sichere Übertragung der Website, nicht gekennzeichnet war. Und ohne das S habe ich ein paar hundert Euro Abmahnung bezahlen müssen. Sehr ärgerlich, aber stell das mal genauso ein. Ich werde dir das unten in der Beschreibung auch verlinken, sowie auch alle anderen Informationen, die du gerne sehen kannst. Dann kannst du es nämlich genauso übernehmen. Ansonsten zeige ich dir auch gleich die Seite, wo du deine Rechtstexte bekommen kannst, um hier auch rechtssicher aufzutreten auf dem Marktplatz Ebay. Ich habe das Ganze einfach mal gespeichert. Nicht verwirren lassen durch diese ganzen Klammern und Häkchen. Das erzeugt nämlich diesen Link als Hyperlink, so dass man ihn direkt im Impressum anklicken kann. Das ist nämlich rechtsmäßig verpflichtend, dass man ihn anklicken kann. So, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zu der Widerrufsbelehrung und den allgemeinen Geschäftsbedingungen, wo du diese festlegen kannst, ist nämlich in dem Punkt. Dann klickst du hier auf Bearbeiten, kannst deine Widerrufsbelehrung festlegen, über Bearbeiten und deine allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz normal hier einfügen. Bevor ich jetzt auf die Widerrufsbelehrung und den Rahmenbedingungen, die wir hier ein bisschen umfangreicher festlegen müssen, drauf komme, möchte ich dir natürlich auch zeigen, wo du deine Rechtstexte bekommen kannst. Und da habe ich eine klare Empfehlung und zwar Händlerbund. Ich selber bin schon Mitglied seit 2016 beim Händlerbund und beziehe hier meine Texte auch und mir wurde hier schon sehr oft geholfen, denn Händlerbund hat hier verschiedene Tarife und Services, die du nutzen kannst, um hier effektiver zu verkaufen und dich abzusichern in vielerlei Hinsicht. Lass uns das Ganze einfach mal anschauen. Die ganzen Pakete, die hier geboten werden, das Ganze beginnt schon bei 8,90 Euro pro Monat für das Basic-Paket und falls du über den Link in der Videobeschreibung dich hier gerne anmelden möchtest, dann bekommst du sogar die ersten drei Monate gratis von Händlerbund. So, was bekommen wir denn hier? Wir bekommen abmahnsichere Rechtstexte inklusive kostenloser Update-Service. Das heißt, egal wie die Rechtslage sich ändert in der Zeit und die ändert sich sehr oft, muss ich dir sagen, bekommst du immer aktuelle Rechtstexte, wenn du hier über diese Pakete das Ganze buchst und dann dementsprechend änderst du diese ab und kannst so auf der sicheren Seite sein. Wir haben hier verschiedenste Pakete. Wir haben ein Premium-Paket, wo wir zum Beispiel kompetente Rechtsberatung beziehen können. Das sind zum Beispiel zehn Mails, die du machen kannst, was ich auch sehr, sehr gut finde, was ich oft schon genutzt habe und mir wurde hier in vielerlei Hinsicht immer sehr gut geholfen, ich selber nutze das Unlimited-Paket für 50 Euro. Ich weiß, das ist ein bisschen happig für den Anfang. Man kann ruhig mit dem ersten Paket anfangen, denn du kannst hier jederzeit natürlich immer upgraden nach oben. Und wenn du es nicht mehr brauchst, kannst du auch wieder das Ganze runterstufen. Da musst du dich natürlich genau mal anschauen, wie der Vertrag dann geregelt ist. Jedoch nutze ich das Unlimited-Paket und habe hier die unbegrenzte Rechtsberatung, sowie per Mail als auch per Telefon. Hier kannst du dir Fragen stellen zu deinem Produkt, zu deinem Shop, zu der Rechtsberatung allgemein, wie genau du hier handeln darfst und nicht darfst und hier wird dir sicherlich immer weiter geholfen. Auch weitere Hilfen, wie zum Beispiel Soforthilfe bei Abmahnungen ist hier abgesichert. Du hast die internationale Rechtstexte bis zu acht Sprachen, die du dann einstellen kannst auf den Marktplätzen und vieles mehr. Schau dir das wie gesagt an. Ganz unten hast du hier das Ganze nochmal weiter aufgegliedert und kannst sehen, was alles abgesichert ist und was nicht. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Wenn du darüber das Ganze buchst, bekommst du drei Monate gratis. Ich bekomme ein bisschen Provision und so sind wir beide glücklich. Lass uns einfach mal anschauen, wo wir denn diese Rechtstexte, die wir hier konfigurieren können. Apropos Konfiguration der Rechtstexte, dazu habe ich bereits schon ein Video gemacht. Schau es dir gerne hier oben an. Da kannst du genau sehen, wie das Ganze konfiguriert wird. Ich gehe auch gleich bei den Rahmenbedingungen noch kurz darauf ein, wo du genau darauf achten solltest. Also, wenn du deine allgemeinen Geschäftsbedingungen konfigurierst, fügst du diese hier als Text selbstverständlich ein und kannst sie speichern. Bei der Widerrufsbelehrung ist es bei Ebay etwas komplizierter. Da klickst du auf Bearbeiten und musst eine Rahmenbedingung erstellen. Rahmenbedingungen können wir auch für Zahlungen, für Versand und Rücknahmen erstellen. Rücknahmen bezieht sich dann auf die Widerrufsbelehrung. Bei Zahlungen und Versand, das werden wir uns in einem separaten Video anschauen. Schau es dir gerne in der Playlist an, falls du dazu weitere Informationen haben möchtest. Ich klicke hier dann mal auf Rücknahmen und dann öffnet sich ein Fenster, wo wir hier die Rücknahmen bzw. Widerrufsbelehrung und Widerrufsrecht festlegen können. Das wird auch Schritt für Schritt so beim Händlerbund erklärt, wie du das hier komplett einfügst und rechtssicher machst. Wie zum Beispiel Widerrufsrecht für den Verkauf von Waren musst du hier als Bezeichnung einfügen, sodass du diese unterscheiden kannst. Du kannst nämlich verschiedene festlegen. Des Weiteren hast du hier die Möglichkeit, diese Rahmenbedingungen als Standard festzulegen. Solltest du eine Bedingung haben, dann mach das auch ruhig. Dann haben wir hier Rücknahmen im Inland und Ausland. Die unterscheiden sich. Bei der Widerrufszeit musst du genau darauf achten, was du beim Händlerbund eingestellt hast. Denn du hast hier die Möglichkeit zwischen 14 Tagen, 30 Tagen, einen Monat oder sogar 60 Tagen. Also 30 Tage und einen Monat sind zwei unterschiedliche Sachen. Deshalb wähl unbedingt einen Monat, dann kommst du da nicht durcheinander und bist so rechtssicher auch auf der Seite. Und wenn du dann einen Monat festlegst, kannst du hier auch noch festlegen, wer den Rückversand bezahlt. In dem Falle kannst du sagen, der Käufer oder du als Verkäufer kannst auch die Kosten übernehmen. Komm positiv. In den meisten Fällen würde ich das Ganze sogar für den Käufer überlassen, dass er die Rücksendekosten zahlt, weil manche Käufer sich das dann zweimal überlegen, ob sie den Artikel zurückschicken. So, dann kommen wir zum internationalen Rückgabe. Das kannst du natürlich wählen oder nicht wählen, falls du planst, schon international zu verkaufen. Auch hier musst du eine Widerrufsfrist geben, gesetzlich gesehen. Auch hier kannst du das Ganze auf einen Monat einstellen und dann den Käufer die Rücksendekosten tragen lassen. So, und hier ganz unten in diesen weiteren Details zu den Rücknahmebedingungen fügst du dann im Grunde genommen deine Widerrufsbelehrung, die Händlerbund für dich generieren wird. Dann, wenn du das eingefügt hast, speicherst du das Ganze und dann hast du hier eine Bedingung festgelegt, die du dann bei der Artikelerstellung, bei dem Inserieren immer wieder einfügen kannst und hier nicht immer wieder neu was einpflegen musst. So, kommen wir nochmal einen Schritt zurück zu den Rechtstexteinstellungen. Wenn du das Ganze dann gemacht hast, dann wird deine Widerrufsbelehrung dann auch hier erscheinen als Text und wenn du das Ganze dann abspeicherst, ist das Ganze fertig. Ich habe das Ganze jetzt nicht eingefügt, weil ich das einfach nur als Beispiel zeigen möchte. So, des Weiteren hast du hier noch die Möglichkeit, deine Identifikationsnummer festzulegen, wenn du hier auf Bearbeiten klickst und du kannst natürlich auf den Rechnungen anzeigen lassen, die Mehrwertsteuer, dass diese mit ausgewiesen wird. Ganz wichtig, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist und nicht die Kleinunternehmerregelung anwendest, solltest du diesen Haken hier setzen. Was die Identifikationsnummer angeht und viele andere Einstellungen, die zu treffen sind, bevor du überhaupt das erste Produkt einstellst, das findest du im nächsten Video und schaust dir unbedingt an, um hier auf der sicheren Seite zu sein. Wenn du hier das Ganze dann fertig gemacht hast, klickst du auf Fertig und somit hast du die Einstellung eingestellt. Falls du weitere Fragen noch dazu hast, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde dir so schnell wie möglich dabei zur Seite stehen. Und sonst freue ich mich natürlich, wenn du beim nächsten Video dabei bist, wünsche dir viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.